Die zweite Bibelstelle, in der Mohammed auftauchen soll, ist bekannter als die erste. Und sie steht im Johannsevangelium im Neuen Testament. Jesus spricht von jemandem, der kommen wird. Und das soll, nach Ansicht einiger Muslime, Mohammed sein. Das hat auch der Taxifahrer gesagt. Hier die Bibelstelle. Es ist das Bestie für euch, sagt Jesus, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, Parakletos, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also Jesus wird jemanden senden, der erst kommen wird, wenn Jesus weg ist. Das also ist die zweite Prophetie. Und ich schätze mal, Ratgeber soll für Mohammed stehen, denn sonst hättest du danach nicht dein Wort in Klammern geschrieben. Ja, das stimmt. Erstens sagen viele Muslime, dass das griechische Wort für Tröster oder Ratgeber auf Mohammed passt. Und zweitens soll das, was über den Tröster gesagt wird, auch am besten auf Mohammed passen. Es wird gesagt, der Heilige Geist kann das nicht sein, denn der Heilige Geist kann nicht geschickt sein. Er war ja schon da. Am Anfang der Schöpfung, im Alten Testament, sagt die Bibel. Aber auch im Neuen Testament, bei Zacharias, bei der Taufe Jesu. Jesus war auch nicht ohne Heiligen Geist. Doch Jesus redet hier explizit von jemandem, der noch nicht da ist und erst noch kommen muss. Wer kann das sein? Was glaubst du? Ja, der Heilige Geist kann es ja nicht sein. Denn von dem wird doch gesagt, dass er schon immer da war. Er kann doch da nicht erst später gekommen sein. Stimmt, der Heilige Geist war schon immer da. Doch er ist es trotzdem. Er war nämlich immer nur einzeln auf den Menschen gekommen. Also auf speziell vom Gott gerufene Leute. Nicht allen, die zu Gott gehören, wurde der Heilige Geist gegeben. Doch es gibt eine Prophetie im Alten Testament, in Juel 3, Vers 1, dass dieser Geist in einer besonderen Zeit auf viele kommt. Wir nennen es Pfingsten. Da steht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen. Eure Alten sollen Träume haben. Und so weiter. Die Bibel sagt, aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist die Antwort. Nach der Verherrlichung, nach der Auferstehung, kommt der Heilige Geist auf jeden, der an Jesus glaubt. Und jetzt lese ich dir noch einmal ein paar Verse vor, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht, die dich sicher umstimmen werden. Er sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Der eine Ratgeber ist Jesus. Er ist Johannes 2, Vers 1. Der andere Ratgeber ist der Heilige Geist, der die Nachfolger Jesu niemals verlassen wird. Mohammed ist aber 632 gestorben und hat die Menschen da verlassen. Wie soll es auf ihn passen? Ein Vers weiter sagt Jesus, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Erst einmal macht Jesus klar, dass er vom Heiligen Geist spricht, der in alle Wahrheit führt. Hier braucht man eigentlich gar nicht weiterzureden, weil Jesus das ganz klar sagt. Und zum anderen bleibt dieser Geist bei uns und später auch in uns. Hier redet Jesus nicht nur von einem Menschen oder von den Gedanken eines Menschen, sondern von dem Heiligen Geist. Und noch ein Hammer zum Schluss. Aber der Tröster, der Heilige Geist. Der Tröster, der Heilige Geist, sagt Jesus. Das heißt, der Tröster ist der Heilige Geist. Da bleibt nichts anderes übrig. Den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber wenn es doch so viele richtige Aussagen für den Heiligen Geist gibt, warum halten diese Muslime dann trotzdem an ihrem Standpunkt fest? Ich zeige dir einen Vers, der oft benutzt wird. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, sagt Jesus, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und so wird jetzt argumentiert. Der Heilige Geist soll ein Mann sein, und zwar Mohammed, und nicht ein Geist, weil in den Versen von ihm in der dritten Person maskulin singular gesprochen wird. Da steht dann Ehre. Und sie sagen, dass damit kein Geist gemeint sein kann. Doch wieder gibt es keinen Beweis. Jeder stellt sich doch einen Geist anders vor. Aber so wird der Heilige Geist halt in der Bibel beschrieben. Von Gott wird doch auch als Ehre gesprochen. Wieso wird das nicht kritisiert? Aber Jesus sagt doch, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Oder hat er dich etwa in die ganze Wahrheit geleitet? Oh, warte. Ich glaube, was du mit ganze Wahrheit meinst, ist etwas anderes als das, was Jesus meint. Er erklärt es ein Vers weiter. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Also Jesus groß machen. Das ist diese Wahrheit. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Jesus sagt, alles, was der Vater hat, gehört mir. Das ist die Wahrheit, die der Geist offenbaren wird. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Das ist ja auch normal. Jesus hat ja gesagt, dass der Geist es offenbart und nicht ich. Merk dir eins. Bei allen Wahrheiten. Jesus bleibt im Mittelpunkt. Er wird verherrlicht. Das ist heute bei den Christen so und das war bei den Aposteln auch so. Lies sie nur einmal durch, was sie in den Briefen alle schreiben und du siehst, wie der Geist gewirkt hat. Okay, dann werde ich die mal lesen. Was ist mit den anderen Argumenten? Okay, das griechische Wort Parakletos soll angeblich für Mohammed gestanden haben. Wie gesagt, übersetzt heißt es Ratgeber, Anwalt, Tröster oder Beistand. Und das passt nicht direkt zu Mohammed. Doch einige Muslime sagen jetzt, dass das Wort verfälscht wurde. Es sollen drei geschriebene Buchstaben vertauscht worden sein. Drei. Perikrytos soll da gestanden haben. Aus dem griechischen Übersetz ist das der Gepriesene. Ins arabische Übersetz heißt es dann Ahmad. Und Mohammed wird im Koran einmal in Surah 61 Vers 6 angeblich von Jesus der Gepriesene genannt. Also Ahmad. Und deshalb sagen diese Muslime, dass mit Parakletos Mohammed gemeint ist. Gibt es denn für diesen Fehler einen Beweis? Nein. Es gibt keine einzige Handschrift oder irgendeinen Hinweis aus den ersten Jahrhunderten, dass dort Perikrytos gestanden hätte. Oder dass Jesus im aramäischen oder im hebräischen Mohammed genannt hätte. Überhaupt kommt das griechische Wort Perikrytos nicht einmal in der Bibel vor. Und trotzdem reden so viele Muslime davon. Der Text lässt das aber nicht zu. Aber spielen wir das Spiel doch einmal durch. Bleiben wir bei dem Vers, in dem Mohammed prophezeit sein soll. Ursprünglich steht in diesem Vers auch das griechische Wort Patros für Vater. Vertauschen wir hier mal nach dem gleichen Prinzip einfach drei Buchstaben, dann kann da zum Beispiel Petra stehen. Auch wenn man zwei Buchstaben vertauscht, steht dann da Pastor. Und selbst wenn man nur einen Buchstaben vertauscht, steht da plötzlich das griechische Wort Petros. Auf Deutsch Petros. Aber du glaubst doch nicht, dass Jesus hier eigentlich von einer Petra oder von einem Pastor oder von Petros sprach. Nein, er sprach von seinem Vater. Du siehst, mit diesem Prinzip kann man nichts beweisen. Du hast die Texte jetzt hoffentlich auch gelesen. Und du musst wissen, dass diese Texte wirklich die sind, die am meisten verwendet werden, um zu zeigen, dass dieser Name Mohammed in der Bibel steht. Ich selbst sehe, Mohammed ist nicht in der Bibel zu finden. Weder im Alten Testament, im Hohelied, noch im Neuen Testament, als Jesus vom Heiligen Geist redet, denn er redet vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Lehrer, unser Tröster, unser Ratgeber. Und seine Aufgabe ist es, Jesus groß zu machen.